Hast du Wertschriften oder handelst du mit Aktien und möchtest eine professionelle, kostenlose Zweitmeinung haben von einem der besten Vermögensverwalter der Bilanzauszeichnung Rating 2020 der Schweiz? Hallo, hier ist der Christian von easyengine.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Heute geht es um das Thema Depotanalyse. Hast du also Wertschriften, Aktien und möchtest wirklich mal eine professionelle, kostenlose Zweitmeinung haben von deinem Depot, dann bieten wir dir das an und zwar in Zusammenarbeit von meinem Partner zu Gebärgfinanz. Nun, was bekommst du dann bei so einer Depotanalyse? Das wäre vielleicht noch Wichtiges zu wissen. Und zwar sind das zwei Punkte, die ich dir kurz erklären möchte. Einerseits gibt es einen Überblick von der Analyse, das heißt, deine Anlagestrategie wird analysiert. Es wird aufgezeigt, entsprechend, wie du Geld generierst oder wo du eben kein Geld generierst. Im Grundsatz gibt es ein sogenanntes Rendite-Risikoprofil. Das heißt, mit entsprechenden Applikationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen wird dir ein Rendite-Risikoprofil erstellt für deine aktuelle Anlagestrategie, die du hast. Punkt 2 ist dann die Analyse der Kostenstruktur. Die Kostenstruktur ist nicht so ganz zu vernachlässigen, denn sie ist ein wichtiges Element, dass du eine nachhaltige Rendite erhältst. Das heißt, im Grundsatz, es werden dort Punkte angeschaut von deinem aktuellen Portfolio, das du hast, sind, was für Anlagentscheidungen hast du getätigt, was hast du für Vermögensverwaltungsgebühren und Produktkosten beispielsweise, dann aber auch, was hast du für Transaktionskortagen und Stempersteuern und wie hoch sind deine Verwahrungsdepot- und Administrationsgebühren, die du zahlst in deinem Depot. Die Analyse zeigt natürlich dann auch auf, was sind die Kostentreiber und wo, dass die Gebühren verursacht werden und entsprechend wo durchaus sie verursacht werden. Die Vorteile dieser Depotanalyse, die wir anbieten, liegen natürlich auf der Hand, logischerweise. Du bekommst eine Zweitmeinung von einem der besten unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz, weißt, wie sieht es aus mit deiner Anlagestrategie und mit deiner Kostenstruktur. Du bekommst sogenannte Optimierungsfelder und konkrete Handlungsempfehlungen von uns, was du machen kannst, wenn du willst, du musst nicht. Und der beste und dritte Punkt ist natürlich auch, das Ganze ist für dich kostenlos und lohnt sich aus meiner Sicht definitiv für dich. Willst du hierzu mehr Informationen, trete mit mir in Kontakt über Social Media, Instagram, Facebook, YouTube oder per E-Mail oder auf der Website www.isinschon.ch. Würde mich sehr freuen, wenn wir diese Dienstleistung dir anbieten können. Hast du Fragen hierzu, möchtest du mehr wissen oder findest du das einfach toll, dann bitte Feedbacken, Liken entsprechend weiterempfehlen. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, mach's gut. www.isinschon.ch Und bis zum nächsten Mal. Ciao.